Ja, jetzt hab ich mir noch mal ne gerne Trinkmütze. Ja. Da oben sind Handschuhe. Nein, das ist wieder irgendwas mit Zeit. Hä, wo denn? Hier unten sind Zeituhren. Hier ist ein Schwein. Das ist die Trinkmütze von Jiggy... ne, das ist für die Mürben Jagerman Jensen. Oh oh. Oh oh. Tu irgendwas. Hast du wieder viel zu früh eingesammelt ohne mich? Weiß ich nicht. Ich hab ne Bombe. Ich nicht. Ich aber... Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Dann sammelst du dir rein. Irgendwas muss hier geöffnet werden. Eins fehlt noch. Nein, jetzt sind's wieder zwei. Drei, zwei, eins, tot. Das ist aussieht. Und fällt's einfach um. Wo hast du dir überhaupt her, lieber Omnis? Ich bin hier links runter gegangen. So. Ja, dann hol die mal nicht. Was haben wir denn? Wir haben... Du musst... das Schwein... das Schwein muss da rauf. Du musst dir mal ihm die Hände holen. Okay. Du musst das Schwein darauf und ich glaub, du musst dich da oben rauf stellen. Wobei... Ich hab' mir das Ding geholt. Jetzt hab' ich mir das Ding geholt. Jetzt kann ich aber nicht mehr die Leute abknallen. Ne? Ich komm' mir nicht weg. Ich ritte dich. So, oh, Hilfe. Ähm, Moment. Aber ich glaub' die Knöpfe sind nicht dauerhaft, oder? Oder doch. Ist nicht. Hast du... Ja, ich erstellen wir das Schwein jetzt da drauf. Ja. Und dann stell' dich selber mal auf den da oben. Also der ganz oben ist immer noch grün. Äh, Geld meine ich. Guck mal, zwei sind jetzt... Ah, jetzt sind drei aus. Wir haben einer hier unten noch. Warte, jetzt hol' ich mir die Bombe. Wo ist sie? Achso. Moment. Du musst die aufbauen. Äh... Schnell, den Knopf. Lass mir die Uhr an. Ja. So, jetzt müssen wir da kommen mit. Und jetzt können wir da rein. Schnell. Da rechts ist noch ne Uhr. Ja, ich... Ich sehe es. Ja. Ja.